Ja auch, ja. You are trying to connect to an anti-cheat protected server without anti-cheat protection. Das mein ich. Ja, um an der Wand lang die, wie heißt es, das abzubauen, was da noch vergessen wurde. Ach so. Und um zu verhindern, dass sich Trasso unterstützt. Also rein. So. Vielen Dank. So, ein Streamer auch wieder und komm rein. Und trinkt lecker schwarzen Kaffee. Äh, das gibt's nicht. What? Es gibt keinen leckeren schwarzen Kaffee. Doch, doch. Nee. Sehr wohl. Solange der noch nicht verboten ist. Aber solange die Beamten wachgehalten werden von leckerem schwarzem heißem Kaffee wird der Derivierung des Frühgestatten. So, was macht denn der wieder? Initializing World. Creating Player. Umgebung wird erstellt. Spiel wird gestartet. Zuletzt musste ich ständig Peel retten. Oh, oh. Wieso das? Oh, oh. Wo bin ich denn hier? Ja. 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 Na, naja. Der ist da halt ständig. Und es regnet. Bei mir nicht. Wo bist du denn? Ich hab dir mal eine Einladung geschickt. Gar nicht so weit weg. 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 Das ist besonders. soll ich noch mehr beton machen ich bin schon dabei oder man ist jetzt die zementmischung ich glaube nicht erstmal als metallwichtiger aber da in dem einen der steine drin sind und dem anderen weiß ich gar nicht was stein, eisen und glas haben wir noch reisenbar Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das hatte ich auch schon überlegt, dann noch ein oder zwei Schmieden hinzubauen. Ja, und das denn kommen jedenfalls fünf Schmieden rein. Da werden auch vier Werkbänke und mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Labordinger da rein kommen. Stein, Lehm, Balk. Hals, Leder, Eisenrohr, Klebeband, Nägel. Oha. Ein geschmiedeten Stahl brauchen wir. Hä? Was brauchen wir? Geschmiedeten Stahl, geschmiedeten Stahl brauchen wir. Ja, kann ich da was geben? Na, ich brauche jetzt erstmal nichts, aber ich habe jetzt nämlich nur noch sieben von, ich weiß nicht wie viel, zweieinhalb tausend oder so. Ich brauche das ja immer für die Dinge auch momentan, aber nicht. Eisen hatte ich auch gemacht. Muss mal gucken, was brauchen wir. So, mach ich hier mal zwei Schmieden hin. Aber du könntest mir mal einen Tipp geben, wie baut man diese Tresorklappen ein? Tresorklappen? Ja. Einfach oben drauf. Also brauchst du halt ein Loch und dann legst du die einfach oben drauf. Loch hatte ich. Und dann wollt ihr aber im Endeffekt nicht oben sein, sondern unten nochmal sozusagen an der anderen Kante. Hm. Dann müsstest du versuchen, ob du die mit R dann hindrängen kannst. Mhm. Oder einfach drauf zielen halt. Jetzt habe ich noch gespielt. Ja. Sehr schön, gut. Ich bin mal dabei. Ich bin jetzt vorbei. Jetzt because ich habe jetzt noch dort den Kanteen. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Ja. Gangeboden. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Du bist alles. Du bist. Das war's. Das war's. Das war's. So, wir brauchen noch so eine Werkzeugkiste. Irgendwo habe ich eine gesehen, worumliegend. Ja, eine habe ich, aber wir brauchen zwei. Also hier an der Kiste, oben bei der Tür, ist einer. Oh, cool. Aber im Endeffekt brauchst du die ja nur für die Patronen. So weit war's. Dann kann man halt einfach, muss man nicht drauf achten, ob's jetzt da ist oder nicht. So weit war's. 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 Hier in der Kiste für... Hier sind 1200 Dingens drin. steigen müsste. Ich mach' ja gerade noch 1000 und 340 hab' ich noch. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich noch brauche. Eigentlich wollte ich nur noch eine Etage oder haben, deswegen müsste es reichen. Aber wo kann man jetzt diese scheiß... Klappe herstellen, ne? Oh, keine Ahnung. Ich habe es ja gerade ein Ausdnung. Ich habe es dir. Ich habe es dir. Ich habe es dir. ja ich habe noch nicht überall dächer ja das habe ich schon gemerkt weil sie sind auch mal wieder eingestürzt hier und da jetzt hier noch eine etage draufsetzen eigentlich ja in der höhe hier ähnlich wie bei dem feuerwehrhaus soll das dann halt komplett über das haus drüber gehen wo kommt der denn rein wo die denn ins haus rein so offen da ja hier hinten haben die mal wieder noch durchgehauen hier wo ich jetzt stehe unter mir so weg. Bei mir ist aber auch Discord auf gelb, grün. Bei mir sind die Töne weg. Wie die Zeit ist denn geblieben? Oder läuft irgendwie total langsam? Hörst du das hier? Ich kann auf die Kiste nicht mehr zugreifen. Ich kann nicht mehr nachladen, aber auch wahrscheinlich deswegen, weil ich keine Munition habe. Du greifst auf die Kisten zu? Kann ich nicht. Du stehst aber immer noch hier. Also ich stehe jetzt bei mir unten in der Schmiede sozusagen. Ja. Können wir auch mal runter? Kann auch nicht zugreifen. Ja, dann ist er down. Du bist von mir auch immer noch da, wo du vorne auf dem Dach warst. Ja, gehen wir mal runter. Jawohl. Also hier ist der Server da. Ja. Ich connecte mal, mal sehen was passiert. Geht schon mal nicht. Das dauert nämlich zu lange. Ne, connection time dauert. Mhm. Da wird zwar nur angepinkt und angezeigt, aber angeblich sind da noch zwei Spiele drauf. Mhm. Na gut. Da werde ich erstmal was essen. Ja, dann erstmal guten Appetit. Jo, danke. Bis später dann. Bis später. So, was machen wir denn dann? Unser Server ist down. Admin hat angekündigt, heute auf die Stable 17 zu ändern. Wir haben die ganze Zeit auf der Experimental gespielt. Es gab ein neues Update von Seven Days to Die für die Experimente. Ich habe einen roten Umschlag erhalten. Dann machen wir die Nummer auf. Umschlag öffnen. Und hier bei Steam. Frohes neues Schweinejahr. So, jetzt hängt Steam. Oh. So, jetzt hängt Steam. Ich habe jetzt 4000 Token. Token einlösen. Wie bekomme ich mehr Token? Äh. Für diese 1000 Token. 4000. Kann ich jetzt hier ein goldenes Profil bekommen. Für. Für. Ja, wofür? Mein Profil wird für kurze Zeit Gold. So shiny. Ich würde sagen, ich nehme das goldene Abzeichen und löse das ein. So. Was bekomme ich noch? Ähm. Dann nehme ich diese ganzen Emoticons mit. Wofür auch immer. Deadpan. Pig Laughing. Cry Laughing. Laughing. Laughing Peck. Cool Peck. Könnt ihr das überhaupt sehen? Könnt ihr nicht? Because. Ja, irgendwie Steam zeigt hier, wenn ich Steam aktiviere. Äh. Äh. Doch. Super. So. Also hier. Äh. Aktion zum neuen Moldia. Prämienbörse. Da habe ich hier so einen Umschlag bekommen. Da klickt man drauf. Das habe ich gemacht. Für. Das Pick. Äh. Für die 4000 Token kann man irgendwas bekommen. Goldenes Profil. Jetzt habe ich aber keine 4000 mehr, weil ich habe das hier genommen. Kostet 2000. Profilhintergründe kann ich mir hier holen. Und Emoticons. So. Die hole ich mir jetzt gerade alle. Oder dafür. Oder dafür. Pick in a Blanket. Soll es alleine sein? I don't know. Sleeping. Mad sowieso. Scowling Pick. Waving. Und Smiling die dritte. So. Wie bekomme ich mehr Tokens? Basierend auf meinen bisherigen Einkäufen bei Steam habe ich 4000 erhalten. Okay. Na so viele waren das gar nicht. So. So viele Einkäufe. So viele Einkäufe. Jetzt habe ich noch 700. So. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. So vielen. Mal gucken. Mal gucken. sein. Oh ja, guck mal hier, 0,01. 1% aller Spieler besitzen diese Errungenschaft, ein perfektes Spiel, Spiele-Sammler, ausgestellte Spiele. Ja, ich würde mal sagen, ich nehme einfach die Spiele, die so zur Zeit am meisten daddeln. Da war was dran, genau. So, kann man ruhig mit reinnehmen. So, und was denn noch? So, Atlas läuft bei mir nicht, zu wenig Speicher, RAM denke ich mal. Hit. Selber direkt. Okay, ich nehme mal. B. C. D. E. F. F. Fishing Planet habe ich überhaupt noch nicht gespielt. F. F. G. J. K. Ja, wir haben Counter-Strike. Oder? Ne nehmen wir Elite tatsächlich. Oder Cursart. Ne nehmen wir Elite. So. Ja. Bundesland Kanton. Drei Screenshots, ne. Lernend. 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 Warum zeigt er jetzt nicht alle? Lernend. Ich habe da mehr als drei Dinge hochgebracht. Ja, egal, okay. So, der Download läuft leider immer noch. Toll, wann ist gerade was spielen? Anzeige, Screenshots. Ja, dann geht hier ein extra Fenster auf, genau. Ich habe doch mehr als drei, die drei, die da... Doch, da hatte ich ja auch was drunter geschrieben. Die haben sich auf jeden Fall hochgeladen. Hier ist mittlerweile ein Pool hier vorne. Das Dach auch viel weiter ausgebaut jetzt. Das war einfach schön mit dem Abendlicht. Pilze unter der Erde in einem Glasraum. Oh, okay. Guck mal, jetzt zeigt er auch den Shop an. Okay. Eine Weile ging das nicht. Also, man bekommt hier so einen Ausweis, solltet ihr... Umschlag... Solltet ihr mal gucken. Ich habe noch 8,43 Dollar. Kriege ich aber nix, was auf der Liste ist. V-R-Wisch nicht. Gaming-Taylor wäre immer. Den auch ein Mortal Kombat. Bis in Kredi-P-Graphics. Was ist das denn hier? Star Trek Online. Free-to-Play. Das war doch das, wo man irgendwie dann der... Dingens ist, ne? Äh... Kapitän. Das war der Kapitän. Nehoa auf Discovery. Übernehmen den Stuhl des Kapitänns. Die Stuhl des Kapitänns. Welcome aboard the Discovery. As you can see, things have become a bit... complicated. Evacuate sounds a lot like retreat to me. And that is not gonna happen. And that is not gonna happen. Still, it's official. Let's get up here. This is my ship, and I will not abandon her. Ich bin ja schon ein Fan, ne? Von Star Trek auf jeden Fall. Discovery komme ich gerade auch wieder. Ich bin ja schon ein Fan. ein paar Jahre später. Ich habe viele von meinen Künstlern verabschiedet gearbeitet. Ich habe mich als sie bereit waren, um zu kämpfen. Und wir sind alle wunderschön. Wunderschön für den Tag, wenn wir nach den Sternen in Frieden gehen. Unfortunately, nicht jeder fühlt sich so. Ich bin alle in Frieden. Herr von Thüringen, Sie sind meine Bedpowungen ausgesprochen. Ich kann nicht in Frieden gehen. Wir müssen uns umgekehrt den Strangt. Wir brauchen das alte Freunde. Wir brauchen die Hilfe von alten Freunde und alten Knuten. We can't win through force of arms. Deception, stealth and misdirection will help us stay alive. Same then, also the second one being at the movies. We will use any means necessary to defeat this enemy. Always remember, victory is life. Victory is life? Oh, okay. Victory is life, okay. Welcome to the government. Beautiful, isn't it? I'm impressed by the technology that our partners brought to this project. All ships, this is La Forge. Fire at will. You have arrived during a period of social unrest for our people. They see you, and especially the Lucari, as a threat to their existence. You're hostile invaders. The Lucari? Dangerous anarchists from our distant past. This is a real problem. The troubling part is they may be right. The Lucari is not working on. The Lucari is closed. The Lucari is closed. The Lucari is closed. Alpha 17, 1 stable. Okay. Dann. Spulen. Mal gucken, ob wir jetzt noch drauf kommen. Oder ob der Server auch schon wieder da ist. Mal gucken, ob wir jetzt noch drauf kommen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Hmm. So, also mit der Version kommen wir wohl nirgendwo mehr drauf, Tag 60, Rentnertreff, Tag 1, komm, da sind wir aber genau richtig. Warum Rentnertreff? Was gegangen sind wir sollen? ... Musik ... Rentnertreff ist wahrscheinlich auch erst ab 50 oder 60, müssen wir mal fragen, wenn wir da drauf kommen. Rentnertreff indiziert, impliziert, dass der ab einem höherem Alter ist. Vielleicht muss ich jetzt hier erstmal mein Geburtsdatum angehen, mal gucken. Herzlich willkommen auf einem der vielen Server vom Rentnertreff. Wir sind ein anfängerfreundlicher Server, das heißt, wenn ihr Fragen rund ums Spiel habt, werden diese beantwortet. Unsere Serverregeln findet ihr auf unserer Homepage www.derrentnertreff.de Gevibed wird nur, wenn es unbedingt sein muss, so wie heute. Es gab ein Major-Update, Spendenkonto. Wer den Server unterstützen möchte, kann ich es gerne tun, möchte aber betonen, dass dies auf freiwilliger Basis ist. Es gibt dadurch keine Vorteile im Spiel. Wo findet ihr uns? Hat er die PS? TS. Ja, sag doch Rentner. Kein Discord. TS. TS ist halt für jüngere Leute, die das nicht kennen, sowas wie Discord. Lieber Freund, weiter, direkt in der Stadt gelandet, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist not bad, aber wir machen direkt mal unsere Survival-Linie, Schlappsefrauen. Dann legen wir mal, loben, mal. Holz. Viele, viele bunte Steine. Guck. Guck. Zuck. Steinachst. Ich glaube wir brauchen noch ein bisschen mehr. Klampe, Hose, Kapuze, Schuhe, Handschuhe. Anziehen. Holzknüppel. 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 Holzbogen. Und Pfeiler. Holzknüppel. 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 Denken ist es noch gröner. Da zu dem Hüge, love my mother. Oh no. Oh, das ist doch schön, das ist ja. Das war's. Und das lecker war ein bisschen. Und das war's. 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 Okay. Untertitelung. BR 2018 Jo, dann mache ich mich da gleich mal auf dem Weg zu diesem Pornshop. Das ist Porn, das ist mein Porn. Das ist mein Porn, das ist mein Porn. Vielleicht finden wir da direkt ein paar coole Sachen. Das ist mein Porn. Das ist mein Porn. Das ist mein Porn, das ist mein Porn. Das ist mein Porn. Das ist mein Porn, 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 das ist mein Porn, das ist mein Porn. 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 Das ist meine Porn. Over there. 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 Where have all the over there. 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 go, 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 go. over there. down. over there. 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 there. over 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 there. 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 over 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 there.